Was wollen Sie singen? Kennen Sie dieses Lied? Natürlich. Bitte. 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 Guten Tag, mein Herr. Herrschaften, was macht ihr einen verrückt? Von einer Indisposition kann doch keine Rede sein. Und da sind ja unsere Aufnahmen gerettet, weil er singt ja wunderbar. Schält Ihnen meine Stimme? Was heißt das? Eine Grammophonplatte? Schauen Sie sich die Grammophonplatte mal an. này först ihr? oder? approxim Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik